Eine Weihnachtsgedichte von Erich Kästler Das Jahr war alt, hat dünnes Haar, ist gar nicht sehr gesund. Denn seinen letzten Tag, das Jahr, kennt gar die letzte Stunde. Letzte Stunde? Ist viel geschehen, ward viel versäumt, ruht beides unterm Schnee. Weiß ist die Welt, wie hingetreu, und Wehmut tut halt weh. Tut halt weh? Noch wächst der Mond, noch schmilzt er hin, nichts bleibt und nichts vergeht. Ist alles wahr, hat alles Sinn, nützt nichts, das man versteht. Das man versteht. Und wieder statt der Nikolaus durch jeden Kindertraum. Und wieder blüht in jedem Haus der goldgrüne Baum. Goldgrünen Baum? Oh Gott! Warst auch ein Kind, hast selbst gefühlt, wie holst grüßbäune Blünen. Hast nun den Weihnachtsmann gespielt und glaubst nicht mehr an ihn. Das war so hart. Bald rief das Jahr der zwölfte Schlag, dann dröhnt das Herz und spricht. Das Jahr kennt seinen letzten Tag und du kennst deinen nicht. Deinen nicht? Nein! Hallo! Die Urveraner Beiserteifeln wünschen euch einen schönen ersten Adventssonstag. Lockdown zur Adventszeit. Wir sind trotzdem für dich da, mit einem Videogruß von Nikolaus. Wir schicken dir ein auf dein Kind zugeschnittenes Nikolaus-Video per WhatsApp. Kontaktiert uns dafür unter der Nummer 0 680 31 69 38 6. Weitere Infos findest du auf unserer Homepage www.urveranerbeiserteifeln.com